Hallo liebes Waschbär-Production-Fotoshooting-Superteam von 2016 Freiburg. Ich habe jemanden hier, der sich herzlich bedanken möchte bei allen und ja. Ja hallo, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei, ich möchte mal aufziehen kurz, der Fotograf Piet. Ein super Typ, super lieb, ein professioneller Mensch. Ja, dann Sibylle, Art Stylist, der Art Director, steht hier auf der Liste. Ja, der Stylist ist nämlich die Sabine, die ist ganz bunt gewesen und mochte ihr Essen sehr scharf. Das war manchmal nicht so einfach für die Restaurant-Fachverkäuferin. So, wen haben wir noch? Die Anna natürlich, die Assistentin von Piet, ein ganz liebiges Mädchen. Dann haben wir den Finn, den überspringen wir kurz. So, dann haben wir die Dagmar, die war zuständig für Haare und Make-up. So, jetzt musst du ganz kurz die Liste wieder hinmachen, ich kann nicht lesen. So, jetzt geht es weiter. So, wen haben wir denn noch? Appartement-Kollektion. Das macht überhaupt keinen Sinn, die waren noch gar nicht da. Haben die genau geschutet? Und dann noch Zimmer, Zimmer steht auch auf der Liste. Zimmer, auch Kollektion, die habe ich gar nicht gesehen. Wo waren die denn? Egal. So, wen haben wir denn noch? Soleil. 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 Das heißt Soleil, das ist Französisch. Ah, Soleil, ja. Die war ganz lange da, gell? Die war die Erste. Ja, davor war Eddie da. Eddie war der einzige Mann. Der ist fast ertrunken. Schlimm war das. So, wen haben wir noch? Leonie und die Wendy. Ja, und die Ingrid, die kam aus Schweden. Da komme ich fast her. Ich bin nämlich fast ein Elch geworden, aber nur fast. So, wen haben wir noch? Verena haben wir noch. Und die Alena, alle mit A hinten. Und die Karin, die ist auch noch da. Die haben heute Schlafanzugsbilder gemacht, glaube ich. Ja, das war schön. Und, ach so, ja, der Finn übrigens, der hier nicht weiter erwähnt werden muss, der hatte den, einen Praktikant, also er ist der Praktikant, und der hatte einen Unterpraktikanten. Der war super. Der Unterpraktikant, der hatte überall seine Finger mit drin. Momentan hat er sogar wieder seine Finger in mir drin. Ja, fühlt sich ein bisschen komisch an. Aber macht nichts. Ich will uns nur, ach so, ja, Moment, ich habe jetzt zwei wichtigsten Menschen vergessen. Ja, nämlich die hier Susanne und der Uwe. Äh, die haben wir alles organisiert. Das war scheiße. Habe ich keinen Bock drauf. Nee. Naja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüssi.